Hallo, ein super kurzes Video zum Thema, wie merke ich mir den Höhensatz? Ich hoffe, es ist natürlich klar, was mit dem Höhensatz gemeint ist. Wir haben hier P und Q und wir haben hier H und wir können das so berechnen. H² ist gleich P mal Q. Aber es gibt ja noch so eine Formel wie hier, sowas wie A² plus B² ist gleich C². Und ich komme da manchmal durcheinander, wie war das jetzt? Muss man jetzt hier hoch 2 nehmen oder nicht? Oder wie war das? Es ist eigentlich ganz einfach, man muss nur in Einheiten denken. Wir können das Video wegmachen. Sagen wir, wir haben Zentimeter, dann sind P sind irgendwie irgendwelche Anzahl an Zentimeter mal irgendwelche Anzahl an Zentimeter. Das ist ja Quadratzentimeter. Und H kann ja offentlich nicht Quadratzentimeter groß sein, also muss man davon noch die Wurzel ziehen, damit man dann H hat. Wobei, Entschuldigung, Mathematiker, man muss jetzt natürlich auch hier die Wurzel ziehen. Aber ich hoffe, ja, das war es schon. Also denkt einfach in Einheiten, dann wird eigentlich schon wieder klar, wie die Formel zu rechnen ist. Dann ist es, ja, klar. Vielen Dank fürs Schauen, das war es schon. Vielen Dank.